Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Automation Empire, unserem kleinen Wutzel-Verteilspiel hier. So, wir wollen eine möglichst logisch aufgebaute Logikfabrik bauen, wo aus dem Eisenerz viel bessere Sachen hergestellt werden als bis dato. Das Ganze möglichst schön aufgeteilt mit Bottler und Co. Und da habe ich jetzt ein bisschen im Kopf schon überlegt, es hätte ja auch Spruch sein können von Lothar Matthäus, ich habe im Kopf überlegt, wie wir das vielleicht hinbekommen könnten. So, geht das so? Warte mal, wenn wir jetzt zum Beispiel hier von einem anfördernden Band. Das müsste ja dann mittig sein, ne? Wie viele Öfen gehen denn auf einem Bottler drauf? Wie viel der macht? Eins pro Sekunde, ernsthaft? Achso, ne, eins pro x Sekunden. Und dann müssen wir erst gucken, wie lange das dauert, damit wir wissen, ne? Also, die other way around sozusagen. Wenn wir jetzt das zum Beispiel so machen würden, dass wir, wir machen, so, 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 und so. Reicht das vom Platz? Wir gucken mal, weil, das Schöne ist ja, wir können ja hier einfach, so, Crate Maker. Der könnte dann hier hin. So, und dann wollte ich, wie gesagt, das Riesending, weil dann können wir noch mehrere Crate Maker hier anschließen. Aber das Problem ist, nee, das geht so nicht. Dann müssen wir das mit, 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 äh, Verbindungsdingern machen. Haben wir auch schon mal gemacht. Ähm. Ist das ein Dreier? Ja. So, der saugt das dann hier raus. Geht dann hier rein. Von da geht's in einen weiteren. Da geht's dann wieder raus. Hier geht's rein. Und hier wird das jetzt bis hier vorne hin. Und kann dann auf die einzelnen Bänder geliefert werden. Das ist jetzt so ein bisschen die Idee. So müsste es funktionieren, oder? Was wiederum bedeutet, wir halten mal kurz an und entfernen. Dat und dat, 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 dat. Und dat alles hier. So. Und dann können wir dat hier einfach, dat hier, einfach hier so reinliefern. So. 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 So, wie gesagt, das ist noch eine frühe Version, deswegen ruppelt das gerade so ein bisschen. Ähm, ja. Aber ich denke mal, das ist noch ganz annehmbar so. Und jetzt könnten wir theoretisch schon Glück haben, und das so funktioniert. Müssen wir jetzt nur noch die Auslieferung hier baskeln. Aber wir lassen schon mal die Zeit weiterlaufen, damit wir schon mal sehen können, ob das so ein bisschen so halbwegs funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. So, dann haben wir hier, warum habe ich das so gemacht? Damit wir immer schön hier Roboter, die, den Robotern die Möglichkeit geben, immer hier den Stuff hier abzugreifen. Uh, Brody. So. Und da kommt die erste Ware. So, leere Kisten werden vernichtet. So, wie viel machen die pro Sekunde? Hier kommt das Eisen. Huch. Eins pro elf Sekunden. Der hier macht eins pro drei Sekunden. Das heißt, wir könnten wahrscheinlich eigentlich vier anschließen. Aber gut. So, jetzt verteilt der so lange auf das erste Band, wie die nachgefragt werden. Seht ihr? Das ist die Idee, die ich dahinter hatte. Das heißt, das Band läuft nur weiter, wenn wieder Nachfrage ist. Dadurch wird jetzt alles auf das untere Band geliefert, was jetzt kommen würde. Hier kommt aber nicht genug an. Seht ihr das? Erstmal den einen Wagen macht er nicht leer, wenn ich das richtig gesehen habe. Das soll man vielleicht mal beheben. Seht ihr? Jetzt liefert er auf das andere Band, weil das eine Band voll war. Und jetzt wieder auf das erste. Hier kommen die Roboter, holen die Sachen. Und jetzt verkaufen wir schon Eisen. Doppelt so viel. Zehnfaches Gewicht. So, und wenn das hier dann vollgelaufen ist, dann macht er auf das mittlere voll. So ist zumindest mein Plan hier. Schöne Sache. Könnte funktionieren. So, lädt er den komplett leer. Eins, zwei, drei. Ganz knapp. Müssen wir eh wahrscheinlich noch einen Wagen dranhängen. Ähm. Der wird wahrscheinlich auch nicht voll werden. Das ist natürlich jetzt blöd. Das ist hier unten bei den Robotern, bei dem Gewusel. Da kriegen die... So. Dann werden hier die Kisten auf diesen einzelnen Platz immer gepackt. Äh. Das soll bewirken. Das... Meine Idee dahinter ist, dass die Roboter immer schön Platz haben, die Sachen herunterzunehmen. So. Und wenn das funktioniert, irgendwann mal, sollte auch die mittlere laufen. Es kommt einfach nicht genug Erz im Moment dran. Aber so wäre dann der Plan. Also die Frage ist, ob wir das hier noch ein bisschen optimieren können. Ja, wahrscheinlich, indem wir das einfach nicht miteinander verbinden, sondern einfach nur rausliefern. Die sind sich halt hier sehr im Weg. Also obwohl wir das hier so halbwegs kompakt gebaut haben, wir können vielleicht noch ein bisschen zurückgehen hier mit den Maschinen, ne? Oder? Geht das? Nein, das wollte ich nicht. Den weg. Hier mal so weit wie möglich zurück, weil... Also diese... Diese Dreierkombination... Sollte man eine Vierer rausmachen? Das weiß ich jetzt nicht. Aber die hier war auch so ein bisschen blödsinnig, glaube ich. Wir... Wir bleiben bei der Dreierkonstellation, würde ich sagen, oder? Wie war denn das jetzt? Eins alle drei. Und elf Sekunden. Habe ich da jetzt irgendwas falsch gedacht? Drei, sechs, neun, zwölf. Das heißt, wir könnten eigentlich vier bedienen, oder? Bin ich da jetzt falsch? Wir könnten eigentlich vier bedienen. Meine ich. Die Frage ist nur, wie? Wir gehen mal kurz auf Pause, damit wir hier nicht das ganze Geld ausgeben die ganze Zeit. So. Das mal alles weg hier kurz. Ja, jetzt auch die Crates zerstören ist natürlich schon ein bisschen traurig, aber naja. Kriegen wir ja auch Geld zurück. So. Vier verteilen. Wir gucken mal, was wir hinkriegen. Also. Erste Verteilung nach da. Zweite Verteilung nach da. dritte Verteilung. nach hier. Und die Verte läuft durch. Richtig? So. 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 Und so. Dann da, 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 da. Die Öfen dran. Und das müsste auch funktionieren, oder? So. 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 Die Kiste kommt. Da, da die Bänder jetzt kürzer sind, sollte es sich schneller auf die Maschinen verteilen. Läuft. Wir bauen jetzt nochmal keinen Ausgang, damit wir mal gucken, ob es funktioniert. ein Denkfehler, oder so. Kann das sein? Nee, es geht nur mit rein. Es geht nur mit rein, weil es ist ja unter 12 Sekunden. Andererseits wollen wir vielleicht eine Fabrik mehr dran haben, damit wir mehr Ausgabe füllen. Oder? Ist der auch vollgelaufen? Also, wir können die hinterher noch wegbauen. So. Jetzt Auslieferung. Hier, also das ist wirklich, ne? Damit die Roboter hier genug Platz haben. Da müssen wir uns echt was Cooles überlegen hier. Also erstmal, na klar, die werden mit dem kommen hier raus. Mit nem Puffer. Machen wir mal ein Feld Puffer, damit wir immer so ein bisschen gucken können. Huch. So. Ähm. Läuft das dann? Wir können das auch einfach auf diese Dinger draufpacken, ne? Und dann Proofen 3, 4. Ich hab ja auch ne bessere Idee. Glaub ich. Pass auf. So. 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 Hallo. Jetzt haben wir zwar wieder das Rundlauf-Ding, was der Garderool ja immer irgendwie haben will, aber vielleicht in der Variante, die funktioniert. Und vielleicht seht ihr jetzt auch ruhig die Spielliebe. Das ist einfach so, ist so schön. Ähm. Aber wie geht denn das jetzt hier drauf? So? Das geht nicht, ne? Wieso ging das hier? Und da nicht? Äh. Was hab ich denn hier gemacht, dass das ging? Ah, der muss doch so ein... Das tut mir leid. Ich weiß, das tut den Augen weh. Äh. Geht auch nicht. Hä? Warum laufen die denn nicht durch? Können wir die eventuell vielleicht gegebenenfalls... Also das muss dann sowieso. Hm. Ja, gut. Äh. Die Idee, glaube ich, war schön. Und die Ausführung nicht so. Aber da können wir jetzt direkt den Ausgangsding da drauf machen. Aber ich wollte es halt so haben, dass die irgendwie... Aber der packt die leider nicht... Pass auf. Der packt die leider nicht so da drauf. Hier, ne? Also... Wenn wir das jetzt so machen... Das geht nicht. Kein Bild hier, siehste. Äh. Führt der die denn... Warte mal. Wenn wir das... Das ist wirklich... Also ich muss jetzt nochmal sagen, ne? Das Schöne hier ist wirklich, wir können das abreißen, wir können das neu bauen. Und wir werden nicht ge... Ärgert dafür. Gefärgert vor allen Dingen. Ähm. Kann man denn hier irgendwie... Dass man das vielleicht... Ich will nur mal probieren. Ob dieses Band das aufnimmt, wenn das so da drauf läuft. Nein, tut's nicht. Kann man dieses Band um die Ecke herumbauen? Ja, das geht. Ähm. Bringt mir das irgendwas? Ich glaube nicht, ne? Aber ihr wisst, was ich will, ne? Dass das irgendwie so ein bisschen... Es wäre halt schön, wenn das durchlaufen würde. Was es ja aus irgendeinem Grunde nicht... Also ich weiß nicht, warum es das nicht tut. Also es wird ja jetzt nichts dagegen sprechen, dass man sagt, hier, das läuft jetzt durch. Und wenn ich jetzt hier eins rauslösche, dann macht er hier ein Blockade-Ding rein. Wenn ich das hier reinsetze, lässt das nicht weiterlaufen. Und ich kann auch nicht von diesem Ding hier runternehmen. Ich kann nur von den anderen runternehmen. Ich weiß, das ist jetzt total kompliziert gedacht, ne? Also das ist natürlich... Viel einfacher eigentlich, aber... So, dann machen wir es wie folgt. Damit die Roboter sich nicht ganz so in die Quere kommen. Machen wir es so. So, dann bin ich gespannt, wie unser Verteiler-Algorithmus da oben funktioniert. Hallo? No, no, jetzt hier. Hi. 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 So, wie sieht das denn aus? Jetzt kommen die da ran. Ja. Das geht, ne? Was man noch machen könnte, ist die anderen nach außen biegen. Aber wir wollen ja wahrscheinlich die nächsten Fabriken ran bauen. So, dann kommen die hier rein. So, jetzt müssen wir halt gucken. Und das machen wir in der nächsten Folge. Ob jetzt die Verteilung optimal funktioniert. Ich danke euch jedenfalls fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen und ein Abo da. Und schreibt Kommentare, die ich immer lese. Und schreibt Kommentare, die ich immer lese. Bis zur nächsten Folge. Tschüss. 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 Bis zum nächsten Mal.